Modelltest 3 Hören Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Beispiel Sie hören eine Durchsage. Und hier noch eine Durchsage unseres städtischen Tierheims. Das städtische Tierheim sucht für Max einen neuen Besitzer. Max ist ein Mischlingshund und ist zwischen vier und fünf Jahre alt. Er ist nun schon sehr lange im Tierheim. Der neue Besitzer oder die neue Besitzerin wird sicherlich begeistert sein. Er ist treu, sehr ruhig und macht nichts kaputt. Katzen sollten allerdings nicht mit im selben Haushalt leben. Denn die jagt er allzu gerne. Er versteht sich sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Hunden sehr gut. Am besten wäre es, wenn er einen Garten bewachen könnte. Er ist zudem sehr gut erzogen. Hören Sie nun den Text noch einmal. Und hier noch eine Durchsage unseres städtischen Tierheims. Das städtische Tierheim sucht für Max einen neuen Besitzer. Max ist ein Mischlingshund und ist zwischen vier und fünf Jahre alt. Er ist nun schon sehr lange im Tierheim. Der neue Besitzer oder die neue Besitzerin wird sicherlich begeistert sein. Er ist treu, sehr ruhig und macht nichts kaputt. Katzen sollten allerdings nicht mit im selben Haushalt leben. Denn die jagt er allzu gerne. Er versteht sich sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Hunden sehr gut. Am besten wäre es, wenn er einen Garten bewachen könnte. Er ist zudem sehr gut erzogen. Text 1 Sie hören eine Polizeimeldung. Und hier eine Durchsage der Genfer Polizei. Seit einiger Zeit treibt in den Vororten von Genf ein Fuchs sein Unwesen. Er stiehlt aus den Gärten Gegenstände wie Schuhe, Handys, Kabel und so weiter und trägt diese in seinem Bau. Der Fuchs hat auch schon Spielzeug und Baumaterial gestohlen. Die Einwohner werden gebeten, ihre Sachen nicht im Garten zu lassen, sondern sie wegzuschliessen. Die Polizei ist für derartige Delikte nicht zuständig. Hören Sie nun den Text noch einmal. Und hier eine Durchsage der Genfer Polizei. Seit einiger Zeit treibt in den Vororten von Genf ein Fuchs sein Unwesen. Er stiehlt aus den Gärten Gegenstände wie Schuhe, Handys, Kabel und so weiter und trägt diese in seinem Bau. Der Fuchs hat auch schon Spielzeug und Baumaterial gestohlen. Die Einwohner werden gebeten, ihre Sachen nicht im Garten zu lassen, sondern sie wegzuschliessen. Die Polizei ist für derartige Delikte nicht zuständig. Text 2 Sie hören eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter. Hallo Herr Rabich, Sie haben uns auf der Gartenmesse Ihre Telefonnummer hinterlassen. Ich bin Frau Edion von der Firma Grüne Stadt. Wir begrünen innere und äußere Wände in Häusern. Bei den Pflanzen handelt es sich um Mose, die man nicht zu gießen braucht. Sie nehmen das notwendige Wasser aus Ihrer Umgebung, selbst bei hohen Temperaturen im Sommer. Das Ganze sieht wirklich sehr attraktiv aus und ist wasser- und energiesparend. Sie können sich so eine grüne Wand im Buchhaus am Zentralplatz ansehen. Unsere Exporte reichen bis nach Asien. Wären Sie daran interessiert, dann rufen Sie mich doch bitte zurück. Hören Sie nun den Text noch einmal. Hallo Herr Rabich, Sie haben uns auf der Gartenmesse Ihre Telefonnummer hinterlassen. Ich bin Frau Edion von der Firma Grüne Stadt. Wir begrünen innere und äußere Wände in Häusern. Bei den Pflanzen handelt es sich um Mose, die man nicht zu gießen braucht. Sie nehmen das notwendige Wasser aus Ihrer Umgebung, selbst bei hohen Temperaturen im Sommer. Das Ganze sieht wirklich sehr attraktiv aus und ist wasser- und energiesparend. Sie können sich so eine grüne Wand im Buchhaus am Zentralplatz ansehen. Unsere Exporte reichen bis nach Asien. Wären Sie daran interessiert, dann rufen Sie mich doch bitte zurück. Text 3 Sie hören eine Ansage im Radio. Wie erst eben bekannt wurde, ist in Schwanförde schon wieder ein Windrad abgebrannt. Auch hier hatte die Feuerwehr versucht, den Brand zu löschen. Jedoch ohne Erfolg. Wie auch bei den ersten beiden Windrädern mussten die Feuerwehrleute zusehen, dass das Rad abbrannte und auch noch ein in der Nähe befindliches Feld verbrannte. Der Umweltminister fordert nun ein neues Konzept der Windradbetreiber, das bei der Konstruktion der Windräder auch den Brandschutz berücksichtigt. Hören Sie nun den Text noch einmal. Wie erst eben bekannt wurde, ist in Schwanförde schon wieder ein Windrad abgebrannt. Auch hier hatte die Feuerwehr versucht, den Brand zu löschen. Jedoch ohne Erfolg. Wie auch bei den ersten beiden Windrädern mussten die Feuerwehrleute zusehen, dass das Rad abbrannte und auch noch ein in der Nähe befindliches Feld verbrannte. Der Umweltminister fordert nun ein neues Konzept der Windradbetreiber, das bei der Konstruktion der Windräder auch den Brandschutz berücksichtigt. Text 4 Sie hören eine Information im Radio. Vor der australischen Küste haben amerikanische Forscher zum ersten Mal den roten Seedrachen lebend gesehen. Diese rubinroten Meeresfische waren zwar schon bekannt, aber nur als tote Fische. Ob diese Tierart vom Aussterben bedroht ist, weiß man allerdings noch nicht, weil einfach viel zu wenig über sie bekannt ist. Bisher weiß man nur, dass diese Tiere bis zu 25 Zentimeter lang werden können und in mehr als 50 Meter Tiefe leben. Hören Sie nun den Text noch einmal. Vor der australischen Küste haben amerikanische Forscher zum ersten Mal den roten Seedrachen lebend gesehen. Diese rubinroten Meeresfische waren zwar schon bekannt, aber nur als tote Fische. Ob diese Tierart vom Aussterben bedroht ist, weiß man allerdings noch nicht, weil einfach viel zu wenig über sie bekannt ist. Bisher weiß man nur, dass diese Tiere bis zu 25 Zentimeter lang werden können und in mehr als 50 Meter Tiefe leben. Text 5 Im Gesundheitsmagazin hören Sie folgende Information. Viele unterschätzen immer noch die gesundheitlichen Schäden, die durch Lärm entstehen können. Lärm schädigt nicht nur das Gehör, sondern kann dem ganzen Körper schaden. Lärm löst im Körper Stress aus, vor allem wenn er dauerhaft ist. Kurze, starke Lärmbelästigung kann zwar zu Schwerhörigkeit oder gar Tinnitus führen. Jedoch sind diese Schäden nach kurzer Zeit meist wieder vorbei. Ist man jedoch ständigem Lärm ausgesetzt, auch wenn dieser etwas leiser ist, dann schüttet der Körper Stresshormone aus, die zu Bluthochdruck und sogar zu Herzinfarkt führen können. Besonders heimtückisch ist dauerhafter Lärm während der Nacht. Schon eine Belastung von 40 Dezibel kann gesundheitsschädigend sein. Die Folgen sind schlimmer als diejenigen, die durch einen lauten Knall verursacht werden. Hören Sie nun den Text noch einmal. Viele unterschätzen immer noch die gesundheitlichen Schäden, die durch Lärm entstehen können. Lärm schädigt nicht nur das Gehör, sondern kann dem ganzen Körper schaden. Lärm löst im Körper Stress aus, vor allem wenn er dauerhaft ist. Kurze, starke Lärmbelästigung kann zwar zu Schwerhörigkeit oder gar Tinnitus führen. Jedoch sind diese Schäden nach kurzer Zeit meist wieder vorbei. Ist man jedoch ständigem Lärm ausgesetzt, auch wenn dieser etwas leiser ist, dann schüttet der Körper Stresshormone aus, die zu Bluthochdruck und sogar zu Herzinfarkt führen können. Besonders heimtückisch ist dauerhafter Lärm während der Nacht. Schon eine Belastung von 40 Dezibel kann gesundheitsschädigend sein. Die Folgen sind schlimmer als diejenigen, die durch einen lauten Knall verursacht werden. Modelltest 3 Hören Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie hören den Text. 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 Trennung von 3 auf der Tonne Netzwerke. Sie nehmen an einer Paartherapie auf Schloss Rabenstein teil. Herzlich willkommen, liebe Paare, bei unserer Paartherapie auf Schloss Rabenstein. Da heute das Wetter regnerisch ist, findet unsere Begrüßung hier im Rittersaal des Schlosses statt. Bei schönem Wetter begrüßen wir unsere Gäste immer draußen in unserem schönen Park, wenn es nicht zu kalt ist. Mein Name ist Christiane Weber. Ich bin Diplompsychologin und werde also in den nächsten Tagen eine ihrer Trainerinnen sein. Wir haben uns an diesem Wochenende hier eingefunden, um gemeinsam Lösungen für Probleme in ihrer Beziehung zu finden. Sie sind hier, da sich vielleicht die Liebe verflüchtigt hat oder es kein Vertrauen mehr in ihrer Beziehung gibt. Zum Glück ist Scheidung keine Alternative für die meisten von Ihnen. Vielleicht schaffen wir es ja, zumindest Respekt und Toleranz in ihrer Beziehung wieder aufzubauen. Das wäre dann ein Neubeginn für Sie, den Sie sich ja so sehr wünschen. Nun, bevor Sie Ihre Zimmer beziehen können, noch einige Ratschläge und Regeln. Wir möchten Sie bitten, sich während Ihres Aufenthaltes hier immer ruhig zu verhalten. Natürlich kann es auch mal zu einer ernsthaften und lauten Auseinandersetzung kommen, aber das sollte doch die Ausnahme bleiben. Bitte machen Sie während unserer Seminare die Handys aus. Ich empfehle Ihnen, Ihre Mobiltelefone am besten in Ihrem Zimmer zu lassen. Denken Sie nicht an eventuelle E-Mails, SMS oder Anrufe. Konzentrieren Sie sich an diesem Wochenende nur auf sich als Paar. Zum Programm. Heute, am Freitagnachmittag, können Sie sich erstmal auf Ihren Zimmern etwas ausruhen, bevor wir uns am Abend bei einem gemütlichen Abendessen mit Musik und Tanz etwas näher kennenlernen. Frühstück ist dann morgen von 7 bis 8 Uhr. Danach treffen wir uns zu unserem ersten gemeinsamen Seminar, welches um 9 Uhr beginnt und bis 12 Uhr dauern wird und an dem alle gleichzeitig hier in diesem Raum teilnehmen werden. Ach ja, tragen Sie am besten bequeme Kleidung. Das entspannt. Sie können sich ja zum Abendessen schick machen. Nach unserem ersten Seminar ist Mittagspause und wir treffen uns um 14 Uhr wieder zu den Paarseminaren. Bevor Sie jetzt jedoch auf Ihre Zimmer gehen, möchte ich Sie bitten, noch diesen Fragebogen auszufüllen. Sie müssen nicht alle Fragen beantworten. Sollte Ihnen eine Frage unangenehm sein, dann lassen Sie diese aus und gehen zur nächsten Frage über. Sie können dann den Fragebogen hier in diesen Briefkasten stecken und bekommen umgehend Ihre Zimmerschlüssel. So, zum Sonntag. Um 9 Uhr nach dem Frühstück ist dann wieder unsere gemeinsame Runde. Hier können Sie auch schon erste Erfahrungen vom Samstag mit einbringen und natürlich Fragen stellen. Modelltest 3 Hören Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aufgaben richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. 對 sie null Abden? Das nehmen Sie einen dritten Bilburg ins K comunidad. Nacht hat sie total verdient. Sie hören es inflation. Sie da oben. Hamann h królorrow ein Här. Also stehen17visala. Ist das denn genau umk controlar. Und das Festival mit einem konkur boobs, denn damals nicht sehr erkennet preise. Von dem Widuh ab. Manfred alt ist natürlich eine Freundschaft. Unter вся Gem icons. Dann hat es größer und belést. Sie sitzen im Café und hören, wie sich ein Mann und eine Frau unterhalten. Hi, Bernadette. Hallo, George. Setz dich doch. Was trinkst du? Ein Cappuccino für mich. Aber ich will gar nicht lange bleiben. Wir haben ja schon alles am Telefon besprochen. Was haben wir denn besprochen? Du hast nur herumgeschrien. Jetzt ist die Gelegenheit, in Ruhe über unsere Beziehung zu sprechen. Natürlich ist es nicht leicht, in einer Fernbeziehung zu leben. Ich in Berlin, du in Paris. Aber wir werden das schon schaffen. Du hast dich doch beschwert, dass ich nicht jedes Wochenende bei dir zu Hause bin. Aber was soll ich machen, wenn ich am Freitagabend plötzlich noch ein neues Projekt auf den Schreibtisch bekomme? Ja, aber ich habe es satt, dass wir für Samstagabend irgendwo eingeladen sind und ich immer alleine dahin gehen muss, weil du wieder nur an deine Karriere denkst und in Paris geblieben bist. Das nervt. Du bist so egoistisch. Ich? Egoistisch? Das ist ein super Job in Paris und bringt viel Geld für uns beide. Ich glaube, wenn du hier in Berlin für ein geringeres Gehalt arbeiten würdest, hätten wir trotzdem mehr Geld. Denk mal an die immensen Telefonkosten, die Flugkosten, die Miete für zwei Wohnungen. Das sind riesige Ausgaben, die wir uns sparen könnten, wenn du hier bei mir wohnen würdest. Ja, aber du könntest ja auch mal nach Paris kommen. Dann würde ich zwar ein paar Stunden am Vormittag arbeiten, aber wir könnten trotzdem noch am Abend etwas gemeinsam unternehmen. Ja, wie denn, wenn du immer im letzten Moment, meistens Freitagnachmittag, absagst? Wie soll ich da noch ein Ticket? Und vor allem ein billiges Ticket finden? Du hast es ja noch nicht einmal versucht, ein Ticket nach Paris zu finden. Du hast noch nicht einmal meine kleine Wohnung in Paris gesehen. Du interessierst dich ja gar nicht für mein Pariser Leben. Das ist jetzt ungerecht. Du weißt, dass ich meinen alten Vater nicht alleine erlassen kann. Er braucht meine Hilfe. Dann organisiere doch mal fürs Wochenende eine Pflegerin für deinen Vater. Das solltest du sowieso tun, um auch mal für dich Zeit zu finden. Ja, Mausi. Da hast du ja recht. Das sollte ich vielleicht wirklich tun. Dann hätten wir auch mehr Zeit für uns. Schau mal, es gibt hier in Berlin wirklich gute Arbeitsplätze für Architekten. Willst du nicht mal schauen, ob auch für dich was dabei ist? Versuch es doch mal. Okay, ich schau mal. Wenn ich auch Paris über alles liebe. Wenn ich eine Pflegerin für meinen Vater finde, könnten wir auch ab und zu übers Wochenende nach Paris fahren oder fliegen. Gut, einverstanden. Ich überlege es mir noch einmal. Wir werden eine Lösung finden. Aber ich muss jetzt wirklich los. Ciao. Okay, bis heute Abend. Modelltest 3 Hören Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Destiny 3 Takes Teil 4 4 3 6 4 9 10 Der Moderator der Sendung Tiere in unserer Stadt diskutiert mit Frau Koch und Herrn Bierstedt über das Thema Wildschweine in Berlin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir wieder mit der Sendung Tiere in unserer Stadt. Heute geht es um das Thema Wildschweine in Berlin. Ja, Berlin wird mittlerweile als die Hauptstadt der Wildschweine bezeichnet. Zu diesem Thema haben wir zwei Gäste eingeladen. Frau Koch, eine waschechte Berlinerin, die sich für die Wildschweine einsetzt. Und Helmut Bierstedt vom Landesbetrieb Forst Brandenburg. Frau Koch, Sie lieben Tiere und sind der Meinung, dass man die Wildschweine füttern sollte. Ja, genau. Jetzt in der kalten Jahreszeit finden die Tiere kaum Futter und es ist besonders wichtig... Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber in den letzten Jahren haben wir sehr milde Winter und die Tiere finden genug zu fressen. Die leiden keinen Hunger. Wenn sie die Tiere füttern, dann überleben auch kranke und schwache Tiere. Immer mehr Wildschweine überleben die Winterzeit und wir können dann diese Population nicht mehr kontrollieren. Wissen Sie, dass inzwischen 10.000 Wildschweine in Berlin leben? 10.000! Sage und schreibe! Wissen Sie überhaupt, dass diese Wildschweine Gärten und Parks, aber auch Felder zerstören? Dass sie plötzlich auf die Straße laufen und schwere Unfälle verursachen? Dann sollten Sie sich dafür einsetzen, dass die Wildschweine in die Wälder zurückkehren. Aber dort werden die Wildschweine ja erschossen. Wenn die Wildschweine in Berlin so leichtes Futter finden, weil es leider immer wieder Leute gibt, die wie Sie die Tiere füttern, dann kehren die Wildschweine nie in ihrer natürlichen Umgebung zurück. Nun, wir sollten nicht nur die Berliner Tierfreunde für die wachsende Anzahl an Wildschweinen verantwortlich machen. Es wird ja auch um Berlin herum immer mehr Mais von den Bauern angebaut. Und das fressen diese Tiere eben gern. Auch das lockt die Schweine in die Richtung von Berlin. Das ist richtig. Die Bauern haben auch Angst, dass ihre Hausschweine von den Wildschweinen mit Krankheiten angesteckt werden. Also impst man die Wildschweine und somit verlängert man auch ihr Leben. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Wildschweine sehr intelligent sind. Wenn das Muttertier den Kleinen zeigt, wie man eine Gartentür öffnet, um an Futter zu kommen, dann merken sich das die Kleinen bis an ihr Lebensende. Das ist doch süß! Hm, ich bekomme sehr oft verzweifelte Anrufe von Kleingärtnern, die von Wildschweinproblemen berichten. Haben sie einmal etwas Leckeres gefunden, merken die sich das über Jahre hinweg. Nicht alle sind von der Intelligenz dieser Tiere so begeistert wie sie. Und ich übrigens auch. Wildschweine sind ja Allesfresser. Auf ihrem Speiseplan stehen Eicheln, Mais, Kartoffeln, Obst, Essensreste von uns Menschen, Insekten, Würmer und so weiter. All das finden sie in unseren Berliner Gärten. Die Wildschweine kommen ja nicht nur in die Berliner Gärten, sondern auch in die Innenstadt. 2003 mussten am Alexanderplatz zwei nervöse und verängstigte Tiere erschossen werden. Das kann doch nicht in Ihrem Sinne sein, Frau Koch. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, wir müssen endlich akzeptieren, dass Wildschweine ins Berliner Stadtbild gehören. Andere Tiere gab es ja früher auch nicht in der Stadt. Und sie zählen heute zu den typischen Stadttieren. Tauben, Mauersegler, mancher Ort sogar Waschbären. So etwas ändert sich eben. Frau Koch, Sie wollen doch nicht behaupten, dass Wildschweine und Tauben miteinander vergleichbar sind. Ein männliches Wildschwein kann unglaublich aggressiv werden. Und erst recht ein Muttertier mit seinen Kleinen. Das ist gefährlich sowohl für die Tiere als auch für uns Menschen. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie mit Ihrer Familie einkaufen gehen und plötzlich steht da mitten in der Fußgängerzone ein Wildschwein vor Ihnen? Ich bitte Sie. Das sind doch Ausnahmen. Ja, aber es ist schon vorgekommen. Jährlich werden etwa 20 bis 30 Menschen von Wildschweinen angegriffen. Ja, mich würde mal interessieren, wie man sich in einer solchen Situation verhalten soll. Soll man einfach weglaufen? Auf keinen Fall. Verhalten Sie sich ruhig. Laufen Sie auf keinen Fall weg. Ziehen Sie sich langsam zurück. Gehen Sie langsam Schritt für Schritt rückwärts. Behalten Sie dabei die Tiere im Auge. Lautes Schreien oder wildes Gestikulieren macht die Wildschweine nur aggressiv. Geben Sie den Tieren die Möglichkeit zum Rückzug. Die dürfen sich nicht wie in einer Falle fühlen. Denn dann gehen Sie nämlich zum Angriff über. Was tue ich, wenn ich im Auto sitze und ein Wildschwein läuft über die Straße? Weichen Sie auf keinen Fall aus. Denn da könnten Sie auf die Gegenfahrbahn gelangen und mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammenstoßen. Es könnte aber auch passieren, dass Sie gegen einen Baum fahren. Läuft ein Wildschwein vor Ihnen über die Straße, dann bremsen Sie, auch wenn es zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kommt. Vielleicht ist die Front Ihres Wagens kaputt. Aber Gurt und Airbag schützen Sie vor schweren Verletzungen. Wenn ich etwas hinzufügen darf, als Autofahrer sollte man im Frühling und Herbst besonders vorsichtig fahren. Denn dann sind Wildtiere besonders häufig unterwegs. Vor allem in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 8 Uhr und in der Abenddämmerung zwischen 17 und 22 Uhr muss man mit Wildtieren auf der Straße rechnen. Zum Glück bezahlt ja die Versicherung Wildunfälle. Vorausgesetzt natürlich, man hat sich richtig verhalten. Und noch etwas. Man darf verletzte oder tote Tiere auf keinen Fall mitnehmen. Da würde man sich strafbar machen. Rufen Sie bei einem Wildunfall immer die Polizei an. Die wird Ihnen dann weiterhelfen. So. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Sendezeit ist leider um. Ich bedanke mich bei meinen Studiogästen für Ihr Kommen und wünsche noch einen schönen Abend. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir wieder mit der Sendung Tiere in unserer Stadt. Heute geht es um das Thema Wildschweine in Berlin. Ja, Berlin wird mittlerweile als die Hauptstadt der Wildschweine bezeichnet. Zu diesem Thema haben wir zwei Gäste eingeladen. Frau Koch, eine waschechte Berlinerin, die sich für die Wildschweine einsetzt. Und Helmut Bierstedt vom Landesbetrieb Forst Brandenburg. Frau Koch, Sie lieben Tiere und sind der Meinung, dass man die Wildschweine füttern sollte. Ja, genau. Jetzt in der kalten Jahreszeit finden die Tiere kaum Futter und es ist besonders wichtig... Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Aber in den letzten Jahren haben wir sehr milde Winter und die Tiere finden genug zu fressen. Die leiden keinen Hunger. Wenn Sie die Tiere füttern, dann überleben auch kranke und schwache Tiere. Immer mehr Wildschweine überleben die Winterzeit und wir können dann diese Population nicht mehr kontrollieren. Wissen Sie, dass inzwischen 10.000 Wildschweine in Berlin leben? 10.000! Sage und schreibe! Wissen Sie überhaupt, dass diese Wildschweine Gärten und Parks, aber auch Felder zerstören? Dass sie plötzlich auf die Straße laufen und schwere Unfälle verursachen? Dann sollten Sie sich dafür einsetzen, dass die Wildschweine in die Wälder zurückkehren. Aber dort werden die Wildschweine ja erschossen. Wenn die Wildschweine in Berlin so leichtes Futter finden, weil es leider immer wieder Leute gibt, die wie Sie die Tiere füttern, dann kehren die Wildschweine nie in ihre natürliche Umgebung zurück. Nun, wir sollten nicht nur die Berliner Tierfreunde für die wachsende Anzahl an Wildschweinen verantwortlich machen. Es wird ja auch um Berlin herum immer mehr Mais von den Bauern angebaut. Und das fressen diese Tiere eben gern. Auch das lockt die Schweine in die Richtung von Berlin. Das ist richtig. Die Bauern haben auch Angst, dass ihre Hausschweine von den Wildschweinen mit Krankheiten angesteckt werden. Also impst man die Wildschweine und somit verlängert man auch ihr Leben. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Wildschweine sehr intelligent sind. Wenn das Muttertier den Kleinen zeigt, wie man eine Gartentür öffnet, um an Futter zu kommen, dann merken sich das die Kleinen bis an ihr Lebensende. Das ist doch süß! Hm, ich bekomme sehr oft verzweifelte Anrufe von Kleingärtnern, die von Wildschweinproblemen berichten. Haben sie einmal etwas Leckeres gefunden, merken die sich das über Jahre hinweg. Nicht alle sind von der Intelligenz dieser Tiere so begeistert wie sie. Und ich übrigens auch. Wildschweine sind ja Allesfresser. Auf ihrem Speiseplan stehen Eicheln, Mais, Kartoffeln, Obst, Essensreste von uns Menschen, Insekten, Würmer und so weiter. All das finden sie in unseren Berliner Gärten. Die Wildschweine kommen ja nicht nur in die Berliner Gärten, sondern auch in die Innenstadt. 2003 mussten am Alexanderplatz zwei nervöse und verängstigte Tiere erschossen werden. Das kann doch nicht in Ihrem Sinne sein, Frau Koch. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, wir müssen endlich akzeptieren, dass Wildschweine ins Berliner Stadtbild gehören. Andere Tiere gab es ja früher auch nicht in der Stadt. Und sie zählen heute zu den typischen Stadttieren. Tauben, Mauersegler, mancher Ort sogar Waschbären. So etwas ändert sich eben. Frau Koch, Sie wollen doch nicht behaupten, dass Wildschweine und Tauben miteinander vergleichbar sind. Ein männliches Wildschwein kann unglaublich aggressiv werden. Und erst recht ein Muttertier mit seinen kleinen. Das ist gefährlich sowohl für die Tiere als auch für uns Menschen. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie mit Ihrer Familie einkaufen gehen und plötzlich steht da mitten in der Fußgängerzone ein Wildschwein vor Ihnen? Ich bitte Sie, das sind doch Ausnahmen. Ja, aber es ist schon vorgekommen. Jährlich werden etwa 20 bis 30 Menschen von Wildschweinen angegriffen. Ja, mich würde mal interessieren, wie man sich in einer solchen Situation verhalten soll. Soll man einfach weglaufen? Auf keinen Fall. Verhalten Sie sich ruhig. Laufen Sie auf keinen Fall weg. Ziehen Sie sich langsam zurück. Gehen Sie langsam Schritt für Schritt rückwärts. Behalten Sie dabei die Tiere im Auge. Lautes Schreien oder wildes Gestikulieren macht die Wildschweine nur aggressiv. Geben Sie den Tieren die Möglichkeit zum Rückzug. Die dürfen sich nicht wie in einer Falle fühlen. Denn dann gehen Sie nämlich zum Angriff über. Was tue ich, wenn ich im Auto sitze und ein Wildschwein läuft über die Straße? Weichen Sie auf keinen Fall aus. Denn da könnten Sie auf die Gegenfahrbahn gelangen und mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammenstoßen. Es könnte aber auch passieren, dass Sie gegen einen Baum fahren. Läuft ein Wildschwein vor Ihnen über die Straße, dann bremsen Sie, auch wenn es zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kommt. Vielleicht ist die Front Ihres Wagens kaputt, aber Gurt und Airbag schützen Sie vor schweren Verletzungen. Wenn ich etwas hinzufügen darf, als Autofahrer sollte man im Frühling und Herbst besonders vorsichtig fahren, denn dann sind Wildtiere besonders häufig unterwegs. Vor allem in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 8 Uhr und in der Abenddämmerung zwischen 17 und 22 Uhr muss man mit Wildtieren auf der Straße rechnen. Zum Glück bezahlt ja die Versicherung Wildunfälle. Vorausgesetzt natürlich, man hat sich richtig verhalten. Und noch etwas. Man darf verletzte oder tote Tiere auf keinen Fall mitnehmen. Da würde man sich strafbar machen. Rufen Sie bei einem Wildunfall immer die Polizei an. Die wird Ihnen dann weiterhelfen. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Sendezeit ist leider um. Ich bedanke mich bei meinen Studiogästen für Ihr Kommen und wünsche noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020